Hallo YouTube und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre iPhone-Musik mit Airmo auf Mac Air Captain übertragen können. Laden Sie zuerst diese Anwendung auf Ihrem iPhone im App Store hier runter. Gehen Sie dann auf Ihrem Computer auf airmo.com.flash.de und klicken Sie dort auf diese Taste, sodass Sie den QR-Code finden können. Starten Sie die Airmo-App auf Ihrem iPhone. Klicken Sie auf zur Verbindung scannen und scannen Sie den Code mit Ihrem iPhone. Klicken Sie auf Zulassen, um die Verbindung herzustellen. Bei der bestehenden Verbindung klicken Sie einfach auf Musik. Wählen Sie nun die gewünschte Musik aus und klicken Sie anschließend auf Herunterladen. Die Musik werden auf Ihrem Computer gespeichert. Klicken Sie zum Schluss auf das Doggo von Airmo und tippen Sie dann auf die Power-Taste, sodass Sie die Verbindung trennen können. So können Sie die Musik bequem übertragen und vielen Dank für das Ansehen. Wie Anschäte fühlt es sich mit zu ant parfaitern, die keine Ahnung von Ihrem Legislature hin.